In einer Krise ist es wichtig, sich austauschen zu können. Aber auch zensurfreie Kommunikation ist wichtig. Dazu gehört auch, dass nicht jeder sehen kann, welche Seiten man im Internet besucht. Wer sich noch nie mit dem Tor-Netzwerk, Darknet, Darkweb beschäftigt hat, dem rate ich tunlichst dazu. Ich will hier auch gar nicht auf die Technik eingehen. Dazu gibt es genug Beiträge in YouTube, die euch erklären, wie der Tor-Browser funktioniert, welche Verschlüsselungsalgorithmen er benutzt und wie man ihn nutzen kann. Er ist downloadbar als Portable Version und auch die Voraussetzung für folgende Möglichkeit. Dabei ist Voraussetzung, dass das Internet nicht komplett wegfällt. Das ist auch nicht der Fall, wie ihr sehen könnt in diesem schönen Grafik. Die haben für mehrere Tage Notstromenergie und sind auch nachfüllbar. Von daher gesehen wird das Internet weiter genutzt werden können. Das Problem ergibt sich nur an eurer Seite, euer Router. Eure PCs brauchen natürlich Strom. Im Beitrag unten habe ich euch zwei Links reingesetzt, in dem ihr sowohl den aktuellen Tor-Browser herunterladen könnt, das Portable, und auch einen Client für das Internet-Relay-Chat-Protokoll, kurz IRC. Beides ist für Windows und man kann es auch auf einem USB-Stick betreiben. Ihr müsst dann zuerst den Tor-Browser starten und warten, bis der eine Verbindung zum Tor-Netzwerk aufgebaut hat. Danach könnt ihr den IRC-Client starten und, ich habe schon alles voreingestellt dort, landet dann auch sofort auf einem IRC-Server, der nur als Dienst im Dark Web existiert. Er ist also von außen normal nicht zugänglich. Das ist eine der sichersten Arten, überhaupt auf eine Seite oder auf einen Dienst zuzugreifen. Nach dem Start des Clients kommt ihr auf eine Anmeldeseite, dort gebt ihr einen Nickname ein. Bei einer zweiten Wahl würde ich immer einen Unterstrich machen, bei einer dritten Wahl zwei Unterstriche hinter dem Nickname und als Benutzerkennung auch den Nickname oder, wenn ihr habt, die DREMA-Adresse, die ihr habt, unter der euch die Leute dann auch anschreiben könnten. Der IRC-Server verfügt über Dienste wie Nick-Serve und CanServe. Dort kann man sich also einen Nick reservieren. Die Reservierung gilt 365 Tage. Auch die Kanäle kann man für 365 Tage fest für sich buchen. Dazu gebe ich euch auch ein paar Links unten im Text, auf denen ihr die Befehle des IRC-Servers kennenlernt. Ihr habt auch vielleicht mal so einen kleinen Schnelleinstieg in Hand von ein paar Zeilen. Der Betreiber dieses Servers im Dark Web ist ständig bemüht, ihn etwas zu verbessern und die Funktionalität zu erweitern. Der Zugang ist kostenfrei und absolut anonym. Eure IP-Adresse taucht auch nicht auf. Es ist so konfiguriert, dass oben immer die IP-Adresse des Localhosts steht, also 127.0.0.1 und eine Portnummer 9150. Vielleicht hören oder schreiben wir uns ja auf diesem Server einmal. Mal sehen. Das war es auch schon für dieses Mal. Bis zum nächsten Beitrag. Hier schnell einmal ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Schcauere. Musik Spannungen.